Huch, da muss man sich auch entstummen. Äh, Hallihallo, na, wie geht's euch? Wir spielen heute ein wenig Palworld, nachdem ich wieder aus dem Urlaub draußen bin. Zusammen mit meiner liebsten, lieben Freundin werden wir uns auf die Reise begeben. Wir haben ja schon vorm Urlaub, also letzten Samms... Freitag? Freitag? Ein bisschen gespielt, aber wir beginnen jetzt noch einmal von ganz vorne. Hoffentlich hat das alles geklappt. Ich hab den Server resettet, so gut es ging. Ähm, und wir werden uns... Jetzt wird Palworld gespielt. Äh, jetzt wird Palworld gespielt. Hundertprozentig. Ich hab sowas von Bock. Äh, ich nehm kurz direkt meine Folge in den Punkt. Hello. Hey. Yo, einmal mehr Spiele. Ja, der Server steht und die Verbindung sollte auch gehen. Und dann geht das direkt los. Let's go. Ähm, erstmal... ... brauch ich... ... erstmal brauch ich einen Charakter. Äh, wait a minute. Ich nehm aber wieder so ein Default-Ding. Das wird schon alles passen. Ja, das ist egal. Hö, 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 hö. Ich nehm den Hö, hö, hö. Ähm, ich stelle die. Ne, ich brauch keine Zeit, ich verspielen. Ähm, let's go. Ne, du das. Oh, da kommt das Intro. Oh, mein Schlüpper. Was sieht mein Schlüpper? The tower is a key. The tree holds the truth. Alright. Perfekt. So, wo starten wir? Ja, ähm... Ich hätte schon fast gesagt, wie das hier ist diese Ebenen des Aufbruchs, oder? Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Ich glaube, für Einsteiger eignet sich das am besten. Ja, ja, da sind überall... Da sind überall... Äh... Sterne. Die sind fünf Sterne, Peil-Population, Ressourcenmengel. Wir gehen einfach da rein. Ich glaub, das startet jeder. Ja, das glaub ich am besten. Let's go. Und es hat alles resetet. Das ist ganz cool. Äh, also auch das Tutorial, und so weiter und so fort. Sehr cool. Gut. Dann hab ich das doch resetet bekommen. Let's go. Übrigens für alle, die da zuschauen. Das kommt auch als Live-AP auf meinem YouTube-Kanal, definitiv. Ich nehme das nämlich nebenher noch auf in einer wunderschönen, geilen Grafik und Qualität, wo ich gerade mal gucken muss. Okay. Ähm, ich will mal ein Plätzchen suchen, wo wir uns niederlassen können. Inventar, Status, OT. Ähm, ich skimm mal die Pal-Box. Ach so, ja, noch Gilde. Das ist ne, das ist ne, das ist ne sehr gute Idee. Ähm, primitive Werkbank. Direkt Level 2. Ja, kurzer Lake. Uh. Einfach alles gefreezt. Hello. PC. Ja, weil mein PC dead ist. Ja. Da hab ich gerade rausgeflogen. Er hat. Ich hab einen kompletten Freeze. Total Freeze. Nothing's working. Hello. Bin schon live. Oh. Ah. Jetzt. Oh mein Gott. Holy. Ja, richtig wieder. Ich bin gerade rausgeflogen. Okay. Du kannst wieder reinkommen. Es hat. Es hat auch ganz viele, es hat auch ganz viele Frames gedroppt. Also es droppt gerade richtig hart, Frames sogar. Warum tut es das? Okay, jetzt ist wieder, jetzt ist wieder in Ordnung. Eieieieiei. Irgendwie gerade was mit Internet oder so. Hab gerade die Biegel gemacht. Da ist mal ne Woche nicht da und dann sagt das Internet nein. So, dann geh ich mal auf ein Holzbauchset. Äh, ein Holzbauchset. Äh, ein Holzbauchset habe ich auch schon hier gehabt. Ich gehe, ich mach so ein bisschen hier so, dass, das Ding da, äh, ich brauch, warte. Soll ich ja ne Handfackel machen, da reicht natürlich nicht so wirklich. Ein bisschen Stein noch und noch ein bisschen Holz. Ich klopp einfach jetzt mal auf den Baum hier drauf. Let's go. Komm mal mit ne Markbank daneben. Zack, zack, zack. Einfach, damit ich die Errungenschaft auch habe. Ja, 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 ja. Einfach für, für Tutorial, denke ich. Für Tutorial, fast. Let's go. Huh. Okay, Stream Elements sagt auch wieder, jetzt, er streamt wieder. Ah, okay, dann war mein Stream kurz weg. Sind wir wieder da? Yes. Der war uns, der Stream kurz down. Es wird jetzt schon nacht. Oh, ich hatte den Server an, ne? Aha, deswegen wird jetzt schon nacht. Huch. Jo. Ich mach mir mal ne Keule. Ich kann ja gleich die Werkbänke wieder abbauen. Einmal eine Keule. Und falls wäre, hab ich immer noch. Ich mach auch ein bisschen. Ball, Balladium, allerdings, Balladium. Allerdings, Balladium. Einmal mit unserem Stopp auf den Stein. Es ist eine richtig miese Idee, ne? Ballbruchstück. Äh, Balladiumbruchstück. Balladiumbruchstück. Ja, hier noch einen Stein. Wenn wir einen Stein, den ich hauen könnte. Einen Stein. Oh, ich bin mal kann auch noch ein bisschen zu bauen. Gehauen zu werden. Äh, hab ich ne Fackel schon? Ich hab nur ne Holzgeule gemacht, ne? Ich bin smart. Ich hab mit der Fackel gestartet. Du bist auf jeden Fall smart. So. So. Okay. Was ist denn so? Da ist die Werkbank. Let's go. Äh, ich mach erstmal ne Axt. Die ist auf jeden Fall auch noch wichtig. Und, äh, öp. Dann machen wir mal kurz einmal noch. Durch da. So. Und dann machen wir uns noch eine... Ich hätte gerne eine Spitzhacke gemacht, ja. Und ich... Natürlich ja weniger. Hey, let's go für Holz. Ganz wie Holz. Und noch ein wenig Stein. Wenn wir noch keinen... Ich werde wirklich smarte Entscheidungen getroffen. Lassen sich immer noch keine Fackel zu... Ach. Soll ich dir den Weg leuschen? Äh. Yes. Ich muss einmal zum Werkbank. Ich glaube, sie stehen... Hier. Am Anfang ist das oft ein bisschen zäher, was Ressourcen angeht. Funktion. Gib mir die Hand, Fackel. Oh, man verliert auch wirklich Leben, ne? Wenn einem zu kalt ist. Hm. Ich merke's gerade. Zack. So. Jetzt ist mir nicht mal kalt. Dann holen wir noch eine Spitzhacke. Perfekt. Und noch eine Pass wäre... Ne. Doch nicht. Noch keines Pass wäre. Spitzhacke. 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 Jetzt müssen wir wieder warm werden. No. Nur wenn ich die trage, leider. Ist ein wenig an Fortunit. So. Ich geh jetzt mit und... So. Jetzt. Jetzt hab ich's dabei. Okay. Einmal eine Parnosphäre. Drei Stück sogar. Holla, die Weltfähne. Eins. Zwei. Drei. Und. Let's go. Äh. Nochmal ein Level up. Ich geh mal ein bisschen auf Gewicht. Und dann. Geben wir mal so einen. Un. Unserem Specken. Okay. Also. Glaube. Ich glaube, wenn man die aus dem Schlaf wegkt, dann macht man extra der Mensch anreden. Ich kann die Werkbänke abbauen. Oder? Hast du alles? Hast du Axt? Spitzhacke? Mir fehlt... Was ist eine so... Da baue ich zumindest mal eine hier ab. Ich glaube, die Keule. Ach so. Auch keine Keule. All right. Du, 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 du. Wir bauen noch ein wenig... Palladium... Palladium... Ich sag auch noch Palladium. Ich auch. Ich glaube, das ist von Icarus noch. Ist das von... Nee, oder? Da gab es doch Palladium, oder? Nee, ich glaube, da gab es kein Palladium. Ich glaube nicht. Irgendwas war da. Oder war das Starfield? Starfield? Irgendwo gab es Palladium. Das kann gut sein, ja. Irgendwo muss es Palladium gegeben haben. Sonst würde ich es nicht die ganze Zeit erwähnen. Ich sollte auch nicht zu viel Erz mitnehmen. So, hast du alles? Ja, ich verabschiede mich gerade noch von der Werkbank. Escape. Schauen sie sich den Survival Guide an. Jawohl, flache Stelle um die Pallbox. Greife auf deine Pallbox zu. Öffne ab. Um meinen Hunger zu stillen. Ich stille meinen Hunger. So. Ähm. Hu, 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 gratis. Wir haben hier einen Hu-Kratis. Neh, wir sind die Hu. Komm schon, Hu-Kratis. Ich bin mitten in seinen Angriff reingerollt. Das war vielleicht gar keine so gute Idee. Neh. Komm schon. Bleib drin. Please. Ja. Nein. Och. Komm schon. Ja. Ich habe keine Sphäre mehr. Hast du noch eine? Ne, ich habe gerade versucht, den zu klammern. Oh, Gott sei Dank. Uh. Hey. Was soll das? Ich habe einfach noch gek... Dieses Lachen. Wie fies. Ähm. Ich hätte gesagt, wir lassen uns hier so nieder. Weil hier ist auch schön flach. Und wir haben ja, glaube ich, am Freitag auch gemacht. Hier so. Genau. Na, die Gegend gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Mir nämlich auch. Ich mag es hier. Weil wirklich eins weiter unten drunter, das ist echt unschön, wenn es jetzt so flach ist und dann die Gebäude so halb im Boden drinnen packen. Jo. So ein bisschen wischend. Okay. Weit man steht schon. Wir machen noch ein paar... Noch ein paar ist gut. Gut, noch ein paar ist wäre. Ähm. Wenn ich das angreife, ne? Das ist auf Level 7. Dann greift er auf bestimmt das andere an, ne? Äh. Ich will mir mal kurz hier so ein paar Bären. Oh, ich habe ein Level. Komm so. Ich teste es aus. Was soll das machen? Ja. Die gehen bei mir. Okay. Okay. Das könnte einfach liegen. Äh. Äh. Okay. Brennen sie. Oder weichen sie aus. Wissen sie, wie alles weichen geht. Oh. 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 Das ist vergiftet. Nein. Das ist ausgebrochen. Oh. Fuck. Äh. Warte. Kann doch hier. Äh. Oh. 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 Oh Gott, oh Gott, ich hab noch 8 HP. 10, 11. Äh, Hukratis, greifst du an? Oh Gott. Ich kraft, ich kraft, wenn es heiß wäre. Warte, 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 warte. Oh no. Oh, 40 HP. Hukratis. Mann. Was soll denn das jetzt? Du Traitor. Ich wollte das fangen. Oh, dammit. Komm zurück. Wait. Da ist ja noch ein Hukratis. Let's go. Uh. Komm, noch einer. Hukratis. Okay, nicht kill. Dein Daydream. Hat, glaube ich, gerade das Hukratis gekillt. Nein. Ja. Wird das auf Team übergreifen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall. Oder es war Hukratis? Und ich war einfach nur zu langsam für, für zu werfen. Ähm, gut. Ähm, ich guck mal gerade, ob wir eine Palbox bauen können. Nein, ich brauch noch Holz. Ich geh noch ein wenig Holzfahne. Einmal ein wenig an dem Bordchen hacken. Chop, chop. Ui. Chop, chop, chop. Ich glaube sowieso, wir müssen wieder beides machen. Was, was müssen wir beides machen? Achso, äh, ne. Ich glaube die Palbox, die braucht nur einer zu bauen. Ich stelle die mal gerade. Wobei, müsste eigentlich relativ nützlich gestellt werden wahrscheinlich. Mit der Kreis, in dem man bauen kann. Hukratis? Also helfen? Ne, Hukratis kann ich helfen. Ich kann helfen. Ne. Ne, aber ich habe jetzt tatsächlich auch das Achievement. Ja, ne? So, was kann denn Hukratis? Hukratis kann quasi gar nichts. Okay, perfekt. Wir räuchten so einen Lammball. Cool aus. Ange 5 Lammball. Ja, so ein Sammelkünstler. Ich geh mal links rum. Ich muss noch ein paar Palswehren machen. Hab ich, ich hab glaube ich gar keine Palswehren. Ne, das ist genau das, was ich eben machen wollte. Und hab mich da vergessen. Perfekt. Ich, jetzt gehen wir die Holztruhe. Und macht man eine Holztruhe. Wie war das? Hier. Dazu bräuchte man Stein. Okay, dann, ähm... Sammeln wir ein wenig Stein. Okay. So, jetzt einfach. Okay, ich mach mal eine Holztruhe. Ich bau die einfach direkt neben die... Ich bau die erstmal direkt hier so daneben. Du. 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 Perfekt. So. No. Spagge. Ich... Tue mal alles hier reinmachen. Basern. Ich bin. Beeren bringen jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel. Aber die kann ich ja auch mal hier reinmachen. Oh Gott, du hast... Oh Gott, du hast... Er, extrem will ich leben. What are you doing? Der, 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 der könnte dich vielleicht, äh, auseinanderlehen. Ja. Warte ich. Ich save you. Oh, kein Problem. Oh, ich hab keine Ausfahrung mehr. Warte. Echt? Nein? Nein? Ach, du hast ihn jetzt, oder was? Ja, gut, okay. Ich hab keine... Ich hab keine Dings mehr. Dein Daydream! Das gilt es. Oh, und dann. Mein Daydream hat mich, äh... Gerade eben schon dafür gesagt, dass ich panisch meinen Ball geworfen hab, weil es kurz davor war, den zu gehen. Ja, das ist passiert, wenn man E und Q verwechselt. Würde ich nicht empfehlen. Äh, 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 äh. Ja, I ist li... I rechts. Ähm, ich hab schon fast... I ist rechts. Oh, ist links. So, wie kann ich das denn jetzt so, äh? So. Ähm. So, fünf Paar ist fern. So. Jetzt wird Zeit. Wir enden aber. Geh mal mit. Du ein Schickibi! So. Sehr Dank. Ich hab die anderen nicht gepult. Nicht so viele, äh... Nicht so viele Ruhrade sammeln, weil... Hier sind aber noch Katzen... Ah, die laufen weg. Äh, hier ist auch noch ein Daydream. Das muss mich ja nicht durch die Ruhr fahren, ne? Das muss... Die sind extrem nice, eigentlich. Oh, no. Äh. Äh, sterb. Fällig. Und vergiftet sein. Auf jeden Fall. Schlaufer. Hey. Ich bitte. No. Ich hätte meinen Hookeradest rausholen sollen. Ah. Kann Hookeradest leider jetzt nicht mehr rausholen. No. Ich glaube, dich greifen die nicht an. Ich kann so ein bisschen unter die Möcke gucken. Kann ich dich irgendwie hochpullen? Äh, ja. Wenn du mir... Wo bist du? Ah, da. Du kannst mich reanimieren. Ja. Reanimation. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Hast du schon einen Ball? What? War ein Lammball? Ich hab... Ich hab einen Ball, ja. Aber einen Lammball hab ich noch nicht gesehen, ey. Weil ich bin da jetzt wieder full auf die... Nein, ich muss aber mal was essen. Ähm... Einen Lammball hab ich noch nicht gesehen. Auch nicht. Gut dann. Jetzt sind wir gewann ganz viel... Manchmal hab ich wirklich so's Gefühl, die Pals ähneln sich auch. Was meinst du? Aber die spawnen unterschiedlich. Auf unterschiedlichen Servern. Die Pals ähneln sich aber spawnen auf unterschiedlichen Servern. Was? Hm. Was meinst du? Aber als letztes Mal hatten wir ganz viele Lammballs oben. Und jetzt haben wir ganz viele von diesen Daydreams. Und überwiegend nur Chicopee. Ja, nur gut, die Daydreams sind halt da, weil... Ähm... Ähm... Äh... Ich, ich hab mir hier so ein Kativa. Ich muss mich auch mal anschleichen. Ob das Kativa mich nicht sieht. Und es hat mich gesehen. Der wird. Äh... Äh... Da unten. Na, vielleicht müssen wir einfach... Vielleicht müssen wir einmal warten. Vielleicht spawnen die mit der Zeit. Also ich geh schwer davon aus, dass die mit der Zeit spawnen. Ähm... Ich würde einmal so nennen... Alten Bogen und Pfeil-Skill. Dann kann ich uns so n'Bogen machen. Wie wär denn das? Das hört sich doch gar nicht so schlicht an, oder? So. Einmal Hukratess. Wir fangen noch ein weiteres Hukratess. Ah. Komm schon. Ach, mein Hukratess ist zu stark. Oh, ich hab'n Lammball gefunden. Ich found one. Es hat sich im Busch versteckt. Es ist ein Busch-Lammball. Ein, äh... Schlammball. Ich hoffe, seit einer Minute ein Pengu der Täter. Es backt ein bisschen. Come on. Nice. Gar nicht. Aber ein Lammball. Hat sich aber läuft wieder weg. Bleib doch hier. Bleiben sie. So. Dann... Können wir doch mal... Ich mach' das Lammball mal ins Lager, weil das Lammball kann nämlich relativ viel für den Anfang. Und eine Lagervermessung. Äh... Hast du Betten geskillt? Die Pals. Dann skill ich mal den Viehgarten, den Gleitschirm, den Feuerwehrwohnen. Brauche ich jetzt nicht. Und ich bin ja nun mal ein Schild. Ich mach' hier noch Wolle rein. Das kannst du jetzt so long rein. Oh no. Oh no. Lass mal gucken, ob das wirklich stimmt. Wenn du sortierst, dann resettet... Dann resettet das Abfall, äh, äh, das Verderben, ähm, die Verderbenzeit fürs Essen. Cool. Oh, da ist noch ein Lammball. Let's go! Okay, das verfehlte Damage. Nice. Also jetzt spawnen hier doch so ein paar Lammballs. Ja, Tatsache funktioniert bei mir auch. Mit dem Sortieren. Ja. Das ist, äh, eigentlich gar nicht so bad. Wait. Was? Ähm. Okay. Ach, dann tue ich das zweite Lammball einfach direkt auch hier so hin. Bau ein mieses Bett. Ja, das musst du bauen. Du wolltest Reischen bauen. Ja, Moment. Ich werde gerade wieder von einem Pinguin abgelenkt. Der wirklich zu schnell ist. Den man nie hinterher kommt. Okay. Ich glaub, dafür braucht man einen Bogen. Ähm, was wollte ich denn bauen? Was stehen? So eine Viehfarm, aber dafür brauche ich extrem viel Schrein und Holz. Okay. Okay, dafür, dafür. Ich bin extrem viel. Okay. Erstmal ein bisschen Stein. Ja. Ja, auf dem Stein herum. Ja, auf dem Stein herum. Ja, auf dem Stein herum. Ja, kack. Ja, kack. Okay. Okay. Weiche Stein. Weiche. Perfekt. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen Stein. Und dann brauche ich noch ein bisschen sehr viel Holz. Jetzt. Dann gehe ich gerade auch noch auf das Pfahlstuhlbett. Ja. Und wir bauen natürlich Pfahlstuhlbett. Und das Stuhlbett. Und das Stuhlbett? Willst du das Stuhlbett? Willst du das Stuhlbett nehmen? Und das Lagerfeuer aus? Äh. Kann ich machen? Den Förderdruck habe ich, glaub ich, auch geskillt. Ne, hab ich nicht geskillt. Also ich habe den normalen Schild noch geskillt, den Gleitschirm. Und die Stoffkleidung mache ich dann. Okay. Und dann muss ich noch Stoffkleidung. Natürlich. Hast du Lagerfeuer? Ne, hab ich nicht. Dann nehme ich noch Lagerfeuer. Aber sieht jetzt meine Reparaturbank aus? Na, wie könnten wir nehmen, ja. Dann nehme ich die auch noch. Okay, hier ist ein Händler. Ähm. Eine Sache, die man leider... ...machen muss. Ja. Was tust du? Äh, was? Ja, ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Menschenhandel! Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Ähm. Nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich bin nur unschuldig, wenn es keiner sieht. Was? Und den keiner beweisen kann. Ich glaube, die Chancen stehen gegen dich. Okay. Ich weiß, was du meinst mit, äh, wenn man direkt in dem Ding drin steht. Dann buggt die Sphäre irgendwie so ein bisschen raus. Ja. So. So. Und hier wollen wir auf der State irgendwie auch noch bekommen. So. Kann schon. 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 Na, ist das raus? Nein! Ah, ich glaube, es ist das. Ja, ja, ja. Jawohl. Du baust ein bisschen runter damit. Äh. Ich baue ein Holz ab, damit wir hier den Blick runter haben. Okay. So. Und hatte ich gestoßen. So. Äh. Ich will eigentlich so ein bisschen Stoffkleidung und normale, den normalen Schild kann ich eigentlich schon machen. Oh. Das ist die Ruhe. Dann. Machen wir doch zwei normale Schilder. Uh. Okay. Mama, hilf mir. I need your help. Damit das hier alles schneller geht. Fast. Du, 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 du. Nice. So. Huch. Äh. Ah. Du hast ja schon ein Schild geholt. Ja. Weil ich sonst nicht weiterhelfen konnte. Äh. Hallo. Was? Ich will, ich will, ich will nur an der Werkbank helfen. Mach ich das nicht? Du willst. Süße Flasche Bälle in der Gegend rumliegen. Natürlich. So. Äh. Ich will, ich will, ich will, ich will nur an der Werkbank helfen. Mach ich das nicht? Komm auf. Mann. Ein Bogen. Beibogen. Mach uns auch noch ein Bogen. Hast du Stoff? Hast du schon Stoff? Für irgendwas? Ich bräuchte auch Kleidung. Hä? Hä? Am Ball. Du bräuchtest auch Kleidung. Ja, hier habe ich jetzt erstmal einen Bogen gemacht. Kannst du jetzt einen Bogen abholen. So. Leg mal einen Bogen hier rein. In die Kiste. Der ist da jetzt drin. Nehme ich mir den hier. Ja mei. Das ist Lammbeil. So. Wie viele kann ich denn davon machen? Dann machen wir mal 50 Stück von denen. Und Lammbeil kann die machen. Oh. Vielleicht sind 50 Stück ein bisschen mies. Oh. Okay. Okay. 50 Stück sind 150 zufälligerweise. Hm. Ja. Da ist das Lammbeil dann ein wenig beschäftigt. Und so. Ich habe auch keine Passwäger mehr. Genau. Ich äh. Ich äh. Ich äh. Ich würde noch eine Werk. Denn das Lammbeil ist ja gerade so schön dabei uns die ganze Pfeile zu machen. will ich dann natürlich nicht hören ja bei seiner wunderbaren arbeit die ist verrichtet machen wir dann noch eine werkbank noch eine primitive werkbank so wie viel stoff kommen wir denn da okay ich kann zwei stoff machen ich gehe mal noch ein bisschen hallo übrigens mein motto treu uns über nur okay dann weiß ich auf jeden fall wir nachher gegen die ganzen ich bin es nicht so haben wir hier nicht gewählt ich gehe nämlich auf ausdauer und gewicht da ich wirklich viel tragen kann hier ist jetzt ein bisschen die lüftung statuette die landschaft wird hier ein bisschen höher und ist jetzt über dem fußboden super hat sich den momo rechts hierhin verirrt ich wollte gerade sagen ich sehe landball ich fange landball ich habe keine demnach wird landball nicht gefallen so kommen sie ja dann mal helfen sie mir nein ich bin schon gleich fertig bald brauchst du mir nicht mehr zu helfen okay dann haben wir die da mal also lagervermesserungen let's go wir haben lagervermesserungen baue paulstroh ich brauche jetzt erst noch ein zweites bed ah komm den dann nehmen wir den normaler hier so ein wolle ich brauche wolle haben wir wolle zept bälen ich komme nie an die und an die und an die hier dran ich brauche ich nur wolle hast du wolle? ja warte dafür müsste ich dafür müsste ich so n so n Dings mal bauen so n vieh arme Dings aber dafür bräuchte ich Holz damit die paar damit äh ja ich hab noch 28 Holz ey ich mach mich grad noch ein bisschen Holz so so ich hasse es wirklich nachts hier um zu geistern aber wir haben noch leider keine Stand aber ich bin noch kein Level 6 äh ich setz das mal hier so hin so oh no ich lag wieder ich bin noch da was? alles gut ok also bei mir legts nicht bei mir ist alles Gucci ich hab Angst das jetzt nochmal alles abschmiert ähm nevermind irgendwie irgendwas hm irgendwas ist komisch bei mir zeigt das die ganze Zeit ne eine Minute 25 an bis zur Fertigstellung warte ich höre mich drin dabei gehts nach vorne ne ich bin jetzt bei 20 Sekunden ok bei mir zeigt es eine Minute 25 an die ganze Zeit aber na gut es wird halt aufgebaut also von da aus vielleicht einfach nur keine Ahnung was für ein Bug das ist aber es stand auch eben jetzt drinnen wenn man eigenes Server hat das ähm das ist ein bisschen Buggy ja ja Bugs hab ich festgeben können also äh ok ähm du hast dich festgebugt im Baumodus ich bin ich bin vielleicht dauerhaft im Baumodus das ist das ist das ist gut äh ok oh fertig äh Kann man sich schlafen legen? Haben wir schon zwei Betten? Wir haben keine Rolle mehr. Ich bin hungrig. Rohes Fleisch ist wahrscheinlich keine gute Idee zu essen. Ich esse es trotzdem. Ich mache mal ein Lagerfeuer. Lagerfeuerlied. L-A-G-E-R-F-E-U-R-E-D-Lied. Das Lied geht noch viel schneller. Lagerfeuerlied. Bringt den ganz einfach mit. Da, da, da. So. Eins. Ich wollte gerade was bauen. So. Ich gucke mal. Ich lege mich mal schlafen. Um mein Bett nutzen zu können, muss es überdacht sein. Ah. Ah. Ja. Das. Ähm. Funktioniert natürlich so nicht. Äh. Wie viele. Ich habe keine Frage. Wir haben ja. Gut. Perfekt. Perfekt. Äh. Dafür fehlt der Stein. Okay. Da haben wir noch ein wenig Stein. Wir bauen den Stein. und dann ist es besser. Ich kann. Stimmt Daydream ist ja hier nachtaktiv deswegen arbeitet der nachts wir haben einfach dein bogen liegt hier immer noch drin vielleicht kann man meinen bogen ausrüsten in der kiste genau in der kiste dann gehen wir oh jetzt kann ich nacht jetzt kann ich n kattiv ähm oh äh wenn ich es nicht direkt töten würde ja bitte was ich hab nix gemacht I did nothing ich äh meine ich hab's äh liebvoll zum schlafen gebracht ich hab immer so ok oh no haha ich hab grad meine meine Pies wäre daneben geworden und einfach ne chickipi in den Berg runter getroffen und das war direkt mit 100% drin während ich so eigentlich das Daydream hangen wollen ahhh hahhh 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 Ups hahhh hahhh schön, schön, schön hahhh hier hab ich schönes Spiel sooo ähhhh Ähm, ich habe noch zwei Palsphären, aber ich gehe mal gerade noch ein bisschen Paldium abbauen. Let's go. Ich glaube, es wird schon wieder Tag. Ein Chicky-P ist auf jeden Fall schon wieder unterwegs. Oder die sind halt, die sind halt so quasi so wirklich wie Hühnchen. Dass die ganz völlig aufstehen und dann anfangen zu krähen. Die machen dann, äh, Chicky-Pi-Pi. Und so. So, was liegt denn hier? Ich glaube, da noch eins darf. Oh, da will ich dich mal kurz umsammeln. Hä? Ähm, es war gerade ein wenig Buggy. Aber nur so ein ganz klein wenig. Werte erhöhen. Noch einmal auf. Gewicht. Was ich auch immer witzig finde, wenn man levelt, dass, äh, das, das Schild wieder neu auflädt. Irgendwie ein bisschen witzig. Hä? So, du solltest jetzt ein bisschen Wolle auf jeden Fall bekommen. Ja. Äh, denn unsere beiden Lammbals sind Wolle am produzieren. Das hab ich dir schon gedacht. Aber die haben bis jetzt geschlafen. Ich wollte sie nicht stören. Also, wir bauen einen Futterdruck und wir bauen drei Bände. Äh, ich leg mal alles in die Tue, was ich jetzt hier hab. Hm. Äh, das da, das da, das da. Toll. Auch noch, ich bin in den Ballon. Ich komme. Ich weiß noch nicht, wann, wann ich da bin, aber ich bin auf dem Weg. Jo, perfekt. Mehr braucht man doch nicht. So. Haben wir hier die Spieße. Und die Spieße. Nochmal ein wenig Bären. Ah, stopp. Ich glaub, ich hab nicht alle gemacht. Okay. Gut. Du, 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 du. Okay. Du, 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 du. Die ganzen... Eine Strohbeettnung. Die ganzen Streams sind auch mal geschmiert. Boah. Was ist das für ein Gebräuch? Ich habe gebrannt. Ah. Das ist in Ordnung. Ich platziere das Feuer um. Okay. Wir haben so ein Ping, Ping, Ping. Läuft mir so, hä? Das steht definitiv zu nah an der Tür. Ich lauf da die ganze Zeit drüber. Das ist natürlich nicht so schön unter dem Markt. Okay, ich brauche Holz. 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 Einmal das Holz in die Tore. Es ist nicht so witzig, dass das das einfach resettet. So, das können wir mal entsorgen, das Problem. Um auf jeden Fall ein paar Pfeile. Das ist ganz gut. Keiner macht mehr Pfeile. Das ist eigentlich nicht so gut. Naja, egal. I mean, who cares? I do not. Ah, ich muss noch drei Lamberls fangen. Dann machen wir das doch mal. Ich hab noch gar keinen Lamberl. Ich würde wetten, ich one shotte das, oder? Oh. Ja. Ich würde wetten, ich one shotte das. Habe ich nicht. Dann habe ich bemerkt, dass ich keine Pfeile wähe. Schlecht. Nee. Dann müssen wir ein paar Pfeile wähen. Wobei, nicht schlecht. Ausbaufähig. Ja. Ausbaufähig, ja. Ich hab doch gerade... Sag mal. Ich baue hier viel mit Holz, ne? Ich wollte gerade sagen... Ich bin schon wieder durch das Lagerfeier begraut, also... Ich baue da nicht ab. Ich bin zu fein hier. Ich mag das nicht mehr. Sehr schön. Sehr schön. Ah, sechs Pfeilen kann ich machen, okay. Das Lamberl hat mich übrigens nicht verfolgt. Ach, ehrlich. Ehrlich, ehrlich. So, die Pfeile-Sphäre. Haben die Dinger auf Hunger? Die Dinger haben Hunger, ja. Holz. So. Wo ist das Lamberl? Das ist eine Lamberl. Das trennt echt. Also, die regenerieren auch keine HP. Okay. Dammit. Jetzt hab ich's. Ah, der Bogen ist manchmal ein bisschen zu stark. Zumindest auf einen HP könnten die dich doch... Tschüss, Lamberl. Bye, bye. Oh, okay. Zumindest... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, das hätte ich nicht bekommen sollen. Okay, 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 okay. Ich muss Daydreamer rausholen. Äh, Daydreaming hat mir mal. Okay, Gott sei Dank, ey. Ich würde nicht gewonnen haben. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Halt's 2 Level 3, die Schaden, oder was, oder? Ah, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Ja. Nein. Bleib. Nein. Okay, step. Daydream. Why? Ich wollte es fangen. Ich wollte es fangen. Dann, ähm... Daydream hat, äh... Schiftschutz gelernt. Oh, 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 ich habe was anderes gesehen. Ich habe das mal weniger Damage, wenn ich so eine Reichweite die treffe, ne? Okay, okay. So. Ein drin. Ein drin. Ein drin. Alles okay. Oh mein Gott. Was wird denn das für eine Villa, ey? Ei, 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 ei. Hm? Es wird ja riesig für das. Olay. Ich nehme die Decke aus dem Schlafzimmer wieder raus und mache eine Galerie draus und baue es eins nach oben. Und dann kommen die, die, die Pelz alle oben hin und wir haben unten. Okay. In unseren Bereich. Okay. Ich glaube, ich bin ganz cool. Was soll das denn? Ich muss einfach an Feinde machen. Warum? Warte, ich muss mal noch zwei, ich muss mal noch zwei Stoff machen, damit ich dir noch ne, äh, noch ne Kleidung machen kann. Ich ist doch einfach zu. Was? Du magst es, wenn ich weiter so leicht bekleidet in der Gegend laufen. Was? Never. Niemals. Deswegen mache ich hier doch Kleidung. Dankeschön. Bitte schön. Ja, klar. Immer wieder gerne. Äh... Gucke ich, dass ich jetzt auch mal ein paar Lamberls finde. Hey. Mein Spalium. Mein Spalium. Nein! Daydream gönnt sich ein Päuschen. Ich glaube, ich... Und ich habe... Na, wie immer. Ein paar B. So. So, du brauchst unendlich viel Holz. So. Du brauchst... u.